So, hier liegt doch noch genügend Kram rum. So, warte mal, gibt's doch noch irgendwo Granat? Ich will... Ich will mal die Waffe... Ich will mal die Waffe anlegen die ganze Zeit. Mit rechten Maustaste, das geht leider nicht. Ich glaube, wir dürfen die Tür öffnen, oder? So, wenn alle draußen tot sind, kannst du die Tür aufmachen, dann kommen nämlich die restlichen. Seid ihr bereit? Äh, kleinen Moment noch, gibt's hier noch irgendwo eine Granate, oder? Nee, Munition ist aber wirklich viel. Ich hab alles nachgeladen, was geht. Lass uns losziehen. Baum, zieh, startklar. Ja, ja, ich ziehe die Aggro hier. So, jetzt auf geht's. Antrack, Guys. Reloaden. Reloaden. Huuhu. Reloaden. Huuhu. Kommen wir von links? Reloaden. Weg, alle weg von links. Wir müssen uns bewegen, ne? Wir dürfen nicht zu lange stehen bleiben. Ha, hab ich gesehen. Saftsack. Reloading. Da ist er nicht andersrum laufen. Ne, ich wollte von der anderen Seite auch. Ja, ist gut. Ja, shit. Was? Oh, was? Ah, Drex. Ah, keine Jockey, und mal weg. Kann mal einer mit dem Jockey hier abnehmen? ah sofort sofort wo bist du denn okay wir müssen schneller bewegen wir dürfen nicht so lange stehen bleiben ich muss mich kurz mal zusammenflicken hier hat das noch ein bisschen unprofessionell ja aber das ist ja der spaß da können sich die leute richtig über auflassen auslassen mit aufregen auf auf lassen wir haben schon wieder ein spitter voraus already dm zelt haben wir noch ein bisschen Da kommt die ganze Posse wieder an, wir laufen. Jungs, nicht auf mich schießen. Ja, aber da habs mal bei Feuer rein. Oh, hinter uns! Oh, das war's. Gut, wir müssen nach unten. Wut? Hier hängt irgendwo noch ein Smoker rum. Achtung, hinterm Zaun, hinterm Zaun, hinterm Zaun! Mach die, komm da weg! Aua, 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 Aua! Dass du dich auch mal vorwotzen lassen musst! Du alter Genießer! Oh, du brauchst den First Aid, oder? Ja, Doser? Ja, kannst du dich mal verarzten hier? Ja, mach ich! Warte stehen! Ja! Irgendwo ist hier noch ein Vieh, da hinten! Komm her, komm! So, lass abhauen! Ich hab selber geheilt, ist aber auch okay! Nee, ich nehm den nächsten jetzt! Alter! Kann ich machen, Doser! Sekunde! Reloading! Hab ich den falsch gemacht jetzt? Nee, du hast du selber verarzt! Du musst die rechten Maustastbahn nicht halten! Links ist für dich selber! Bitte sehr! Wir müssen verschwinden! Darunter jetzt! Ja, ich hol mir nur kurz die Waffe hier hinten! Sonst kommen alle! Ja, stimmt! Ich lad auch noch mal kurz nach! Everybody grab a weapon! Hören Sie schon! Ja gut! So, let's go! 93! Shubidu! Shubidu! 650! Werfen! Okay, der hat eben nicht suppressed! Wir sind hier hinten! Ja, nicht so weit auseinander ziehen! Nö, nö! Die sind da in der Tür drin! Die Viechers! Hat jemand ne Granate zufällig? Ich hab ne Flamedingsbums! Ne, hab ich auch nicht! Ne, hab ich nicht leider! Hab ich nicht! Aber geh weg danach! Hehehe! Sehr gut! Du hast gerade die Errungenschaft Sodbrennen freigespielt! Weizen! Herzlichen Glückwunsch! Ja, danke! Die kommen alle von oben! Wir müssen rein! Ja! Achtung! Tank! Tank! Boah, Mann! Natürlich! Immer ich! Hehehe! Hey, sag mal! Fuck you! Nice! Reload! Vorsicht! Die kommen wieder! Oh! Scheiße! Nicht! Nicht zu viel triggern! Ah! Ah! Okay! Reloading! Kann ich die Tür schließen oder ist sie weg? Die Tür ist weg! Let's go down, huh? Ja! Ah! I can hear a jockey! Au! Vorsicht! Jetzt! Rechte Hand! Oh shit! Hier ist Mist! Hier ist richtig was los! Du stehst da alleine, oder? Ja! Merke ich gerade! Jetzt habe ich hier schon wie ein Freund! Ich schieße ihn! Ja, ich hatte auch gerade wieder einen von den hinten draußen! Okay! Reloading! Boah! Mann! Oh Mann! Oh Mann! Hier hoch weiter glaube ich, ne? Oh Mann! Ich bin fertig, ey! Ne, ich glaube es geht auf die anderen Seite weiter! Ja? Ja, ja! Ja! Oh! First Aid Kids wären gerne! Warum hinkst du so komisch, Sawyer? Ne, weil ich verwundet bin! Weil's ihm nicht gut geht! Ich guck dir mal dein Herz voran! Wow! Wow! Da fliegt mir schon ja Blei um die Ohren hier! Oh! Hättet euch noch! Reloading! Was gibt es zu? Von oben, von oben, von oben, von oben! Oh ja! Lauf rückwärts! Lauf rückwärts! Ich hab einen auf mir drauf! Ich hab einen auf mir drauf! Boah ey, was macht die Olle denn da? Fucking jockey! Ja, super! Jetzt hat mich hier unten Boomer voll gekotzt! Ah! Fucking rich! Fucking fuck! Hey Jungs! Ja! Bin dabei! Komm her! Ich hab ähm... Ich hab keine Health! Ich hab nichts! Ich bin komplett alle! Ja! Geht uns allen glaube ich gleich! Oh! Was war das denn? Okay, nee! Wir müssen nach vorne rüber! Oder? Ah! Also, wenn mich jetzt noch einer anhustet, bin ich platt! Aber... Ja, dann bleib mal hinten! Ist das halt so! Ich hör schon wieder was! Ja! Komm! 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 Oh shit! Jetzt haben sie mich gesehen! Reloading! 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 Mann! Ich wollte doch nur mal gucken, ob es da zu essen gibt! Herrgots! Obwohl, auf der anderen Seite das wollen die auch! Also, insofern... Ja! Wollen wir rauf? Die Tonne einmal? Ja! Da sind wir eine ganze Menge! Zieht ja von denen! Ja! Feuer! Bleib mal hinten, ey! Ich schob sie wieder runter! Ja! Ich bin in der Räume drin! So, Alter! Wird schlecht! Ich bin außer Gefecht! Oh, Alter! Oh! 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 Meine Güte! Oh! Oh! Hast du da Pankehler am Gürtel? Nee, was ist denn das? Du hast doch was am Gürtel! Ich hab so Boomer-kotzer, aber die hilft mir halt nicht viel, aber... Wieso das denn? Na, damit kannst du die Viecher halt auf einen bestimmten Punkt locken. Chainsaw hier Ja, ja, ist doch alles voller Ist doch du hier, Emilio! Ist das der Save-Boot oder was? Ja, ich bin drin! Oh scheiße, huch! Die Uschi ist down! Ja, die Uschi ist mit der Kettensäge gelaufen! Hahaha Ist hier nicht so gut bekommen Hier hinten ist ein Medikit, Zeuer! Ja, aber ich sehe, kriegt es nicht! Jetzt... Jetzt kann ich mich verraten! Dann solltest du es benutzen! Ja... Ich höre die Hexe! Ich höre eine Hexe! Das wird gut gehen! Ich höre die Hexe! Also ich bin gleich für unseren kompletten, für unser aller Tod verantwortlich Ich habe gerade einen Granatwerfer gefunden Wir dürfen nicht die Hexe triggern! Ja... Wie macht bei Taschenlampen aus? Ach, dazu war der Granatenwerfer! F! Ja, Taschenlampen aus! Zeuer! Ja, Drecksviecher! Oh, hier ist es! Ich höre die Flenden! Ja, hier gehts jetzt ordentlich los! Oh, hell vorsichtig! Geht's! 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 Ich heulen! Kann ich das Scharfschützengewehr irgendwie anlegen? Kann ich damit zielen? Kann ich damit zielen? Mit dem Scharfschützen... Mit dem Scharfschützen... Mit dem Scharfschützen... Oder M16? Aber das ist nur ein Scharfschützengewehr im Einzelschutzmodus, glaube ich Kampfschrott finden? Ja, sag ich nur! Ja, komm! Okay, Sturmschrote! Ja, geil! Der Raptor-Killer! Sturm, Stroot, Winter und Katana! So will ich das sehen! Oh, hier liegt noch ne Rohrbombe! Die ist für die Hexe gut, oder? Oh, da ist er! Da sind sie! Wow! Ja, so schlecht ist das gar nicht! Das Scharfschützengewehr! Ich höre nur die blöde Hexe! Das ist gar nicht gut! Wollen wir noch die Granatwerfer mitnehmen? Ja, Granatwerfer wär super jetzt! Hier kommen sie! Hol die mal, Dozer, bitte! Mach Platz! Oh Gott, der hat die Granatwerfer! Ich bin runtergefallen! Oh, das ist die Hexe da unten, oder? Ja! Oh Gott! Das war die Hexe! Nein! Achtung! Die kommt hoch! Ja, ja! Warte, komm! Jetzt ist sie tot! Dankeschön! Ach du Scheiße! Sieh, 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 sieh! Weg! Du, Süße! Ich bin doch schön, der Häuschen! Komm runter! Ich schenk ihnen hier eine Granate nach der nächsten! Komm runter jetzt! Jo, bin schon da! Oh, Dozer! Ich steh direkt vor dir, Mann! I'm very sorry! Ich hab nur 21 Granaten! Ja, verschwende nicht alle! Kommt runter jetzt, Dozer! Ja, woher? Such dir eine Ausrüstung aus und komm! Gun, Gun! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße! Schrote oder Granatwerfer! Schrote oder Granatwerfer! 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 Ist das jetzt echt ne Frage gewesen? Ja, weil ich hab nur noch 21 Schuss, aber... Schau dir das Gebetzel hier an! Solange du uns nicht triffst! Oh oh! Fiecher! Fiecher! Nicht mehr! Da hinten ist auch noch einer! Da hinten ist auch noch einer! Weasen, übernimm die drei! Nicht überall die Granaten rauf! Nicht überall! Du hast nur 20 davon! Oder 19 noch! Äh, 19! Also 18 und einer im Lauf! Okay, gut! Also! Geht mal vor! Schiffen! Schiffen! Das kann ich wollen! Das kann ich nicht machen! Ja! Wieso hab ich was? Oh, warte mal! Geh da weg! Hier hab ich... Hab ich keine Pist... Achso! Pistone... Hat doch jemand Medikids eigentlich? Ja, ja, ich kann dich verabschieden! Wo ist dieser... Uppsala! Hier war Platz! Wir müssen hier weeeeg! Es waren noch nur zwei! Nee, da kommt ne ganze... Ne ganze Klassenfahrt! Achtung! Weck doch mal Fidi! Weck doch! Nicht immer den Granatwerfer! Werfer! Werfer! Geht! Kerstensäge Action! Wuhuhuhu! Oh, scheiße! Tank! Tank! Ich hab ihn erschlagen! Mit Katana ist das ein Schlacht! Da stand Rochelle hat ihn erschlagen! Was ist das da? Eine Machete? Ach nee, so'n... Cricketpanel! Cricketpanel! Super! Hier ist noch ne Rohrbombe! Nur Typen, die Sauerteigladen essen, verstehen was von Cricket! So, Taschenlampe? Ist noch irgendwas? Nee, ist nischt! Ist auch nischt, okay, Abmarsch! Let's go! Ey, nein, nein, nein! Hier, hier, hier! Bleib hier! Willst du den Benzinkanister vielleicht mitnehmen? Nee! Kann man den mitnehmen? Ja, den kannst du mitnehmen, irgendwo hinschmeißen und in Brand stecken! Ich hab ihn! So, gehen wir! Ich hab den Benzinkanister! Oh, shit! Oh, shit! Achtung! Oh, nein! Jetzt hast du mich in Brand gesteckt! Ah! 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 Dose? Was? Ich hab doch gesagt, lass den scheiß Kanister stehen! War zu spät! Ey, komm! Ich hör die Hexe! Die Hexe! Ja! Am wenigsten stehen geblieben! Die ist hier unten, glaub ich! Oh, nee! Ist die nächste Hexe! Ja, da unten, irgendwo, in diesem, in diesem... Abgeschlossen... Ah! Shit! Sorry! Ah, hab ich mich jetzt erschrocken! Ja, da unten, da ist die Hexe! Siehst du sie? Ja, ich seh sie, ja! Okay, dann machen wir jetzt! Scharfschutzgewehr raus! Vielleicht treff ich die so! Ja, ich seh sie! Ich hab ne Rohrbombe! Ich hab ne Scharfschutzgewehr! Ich kann dir in den Kopf schießen! Ja, dann! Schuschen! Oh, oh! Hab ich gereicht! Weimund, komm da weg, komm da weg, komm da weg! Ich bin schon weg! Weg! Nach hinten rein! Nach hinten rein! Nach hinten rein! Ehm... Mal zurück какой Francesco if so many. Ah scheiße, ich müsste mich jetzt hier mal irgendwie... Ich habe noch einen Health Kid, ne natürlich nicht. Sie kommen da hinten wieder. Komm runter. Oh, Tank, Tank! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier ist safe, so unten auch safe ist. Doser, hier ist ein Medikid Doser. Ja, bin da. Hier sind drei Medikids, vier um genau zu sein. Ich versuche mal die Kalaschnikov aus. Kalaschnikov klingt super, der Granatenwerfer ist zwar witzig, aber irgendwie... Warum habe ich jetzt einen Laservisier an meinem Granatenwerfer? Also total lächerlich. Ja, das sieht doch noch was aus hier. Ah, das macht sich was. Woher habt ihr diese Laserpointer? Die lagen, hier drüben. Ah, perfekt. Aber ich bin nicht mehr so frisch, ich glaube ich sollte das Medikid benutzen, ne? Ja, mach lieber jetzt. Ammo hier. Pipebomb. Pipebomb. Ammo hier. Okay, ich benutze es mal gerade, ja? Ich habe hier noch einen Medikid und einen Defibrillator gefunden. Kommt mal rum hier. Lieber M16 oder lieber... Nimm den M16. Ja, keine... 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 ähm... Na komm. Oh, I'm going with the rifle. Na gut, nehme ich die rifle. Oh, oh komm. Einer Defibrillator, einer... Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, hier. Ich glaube den haben wir... ja? Ich kann ihn nicht nehmen. Oh, das heißt es ist ja halfway, ja? So ungefähr, ja. Gut, let's go. Da drüben, save for less. Das sieht nach dem Saferoom aus. Ja. Ne, das ist fast nächste Missionsziel dieses Ding. Wenn wir das triggern, dann kommt gleich halt eine riesen Monsterhorde. Das Teil da. Das ist ein ganz schöner Akt. Wo lang geht... Okay, kommt auch von allen vielleicht. Also im Grunde genommen... Ja, okay. Aber dann sollten wir uns vielleicht einen kleinen Plan machen. Ähm... Kommen wir da irgendwie aufs Dach? Ne. Doser, wieso? Wir fangen uns hier und halten uns den Rücken frei halt nach unten in den Waffenladen, wo Munition liegt. Das kann man machen. Also... Hast du einen... Ja, G3 oder was hast du in der Doser? Was ist denn das für eine Waffe? Vollautomatische. Das ist so eine Hecklauer und Koch, ich weiß nicht. Aber sie könnte dir sagen, wie sie genau heißt. Dann kann er jetzt ja mal kommentieren, ne? Ja. Ja. Ja, wir gehen hier gerade drauf zu einfach, oder? Ja, der Punkt ist halt... Soll jetzt einer oben bleiben, oder? Ne, ich würde mich ja eher hier oben verschanzen, weil dann werden sie in den Korridor halt gezwungen. Das Problem ist, einer der die Tür aufmacht, der ist unten. Und der muss den ganzen Weg draußen rumlaufen. Quasi. Zurück rennen, oder wie? Ja. Wir haben ja drei Leute, die Feuerschutz geben. Kann denn die Oma nicht zurück... Kann die Oma nicht die Tür aufmachen? Das macht sie nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Also dann mache ich die Tür auf. Äh... Ja... Einer... Nur, ja? Also ich würde hier drauf... Ja, Dozer, stell... Du hast doch die Nahkampfwaffe. Du machst die Tür auf und rennst zurück. Und... Und... Ja, sie sind auf dem Dach! Sie sind auf dem Dach! Sie sind auf dem Dach! Ja, sie sind überall! Ja, sie sind überall! Ja, sie sind da jetzt eigentlich! Ja, sie sind da jetzt runter! Runter! Ja, sie sind da jetzt runter! Runter! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Aber irgendwas sagt mir, dass wir jetzt hier gleich irgendwie nen Tank halt haben. Oh, hier hinten ist Munition! Geil! Und hier gibt's noch Coca Cola! Oh! Deliver the Cola to the gun shop, Ola! Ich glaube nicht jetzt! Doch, das ist die Mission! Doch, das ist die Mission! Achso! Das musst du machen! Lad'n! Reload'n! Wir werden da draußen die Horde rumschicken! Ja, pretty much! Oh! Wo ist die verdammte Kante jetzt? Ja, ich bin ja gleich rum! Reload'n! So! Wir müssen die Zeug jetzt durchgehen! Wir fahren die Kante! Hast du Cola? Ich hab die Cola kurz weggeschmissen, weil die wir hier schon wieder... Ich hab jetzt die Cola! Jetzt müsst ihr mich rausbringen! Du musst jetzt rücklaufen, ne? Ja! So! Granate! Granate! Weiter geht's! Reloading! Oh, Fack! Es frisst aber Munition! Oh, Fack! Wir sitzen am Flasbett! Das ist doch so ein bisschen zu! Ich hatte auch der Hausen! Oh oh! Jetzt muss ich auch weg! Geh zurück! Geh kurz zurück! Reloading! Wir müssen hier raus! Wir müssen hier wirklich gegen die meute an! war doch gerade angefangen spaß zu machen wir müssen links und du scheiße los kommen nicht schreien laufen kompon das ist aber nicht schätze menschlein halt die fresse da sind nur zwei die sind alleine was machen was soll ich machen? Das ist ein Coca-Cola? Das war's du, sorry! Nö egal! Komm her! Willst du machen, Alter? Ich bin aus Kreuz, was du koste! Aua! Scheiße! Hörst du im Kasten um mich! Verderst du? Oh, hinter dir! Hau, hau, hau! Ah, die Cola! Nein, ich bin jetzt damit! Ich hab die Kohle, ich hab die Kohle losgemacht. Ah, f***! Was ist hier los, Mann? Die kommen von oben! Reloading! My god, wir hätten uns schon so oft selber umgebracht. Allerdings. Runter, runter, oder? Wo ist die Cola? Die ist schon abgegeben. Ach, hab mich gar nicht mitbekommen. Nee. So, jetzt muss es doch da drüben irgendwie weitergehen, oder? Oder? Müsste eigentlich. Ja, ich hab mir nur noch mal Kram geholt. Ich guck mal gerade, ob's hier noch irgendwelche Painkillers gibt, aber ich glaube, das ist alles weg, ne? Ja, das dürfte alles durch sein. So, gibt's denn noch Handfeuerwaffen irgendwie? Weil halt meine Kettensäge sowieso gleich alle. Warte mal, ich teste mal ganz kurz die Ka... Ja? Boah, keine Kape, das fehlt mir. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bleibe ich doch lieber bei meinem Baby hier. Gut, bin wieder... ...fresh. Warte mal, Magnum Pistol war hier gerade. Was, wo? Create any weapon? Ah, hier ist ein Bankautomat. Die ist schön. Ja, das. Wo müssen wir hin? Äh, ja. Das ist eine gute Frage. Jetzt werden wir jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, wir müssen zurück, oder? Glaub ich, ne? Ja, ja. Ich glaube... Oh, super, ey. Let's play Left 4 Dead. Planlos im Weltraum. Wir müssen zurück, glaube ich. Ja, oder? Ey. Ja, ja, hier geht weiter, Jungs. Das nächste Mal wird's ein Salto. Ähm. Wo bist du denn, Zeuer? Hier oben. Na, da wo ihr hergekommen seid. Bieler hier oben. Ja, ja. Hier geht's weiter, hinten. Bottle Puke, hier. Fuuuck. Ist da irgendwas drin? Nee, hier ist ja nichts. Alles leergeräumt. Und hier wird's auch gleich wieder lustig, ja? Lass uns mal nicht so weit auseinanderziehen hier. Das ist halt nicht cool mit dem Vorrennen immer. Warum warte ich ja? Finde das toll, wie du wartest, werden sich gleichzeitig deine Beine bewegen. Naja, hier hin, hier hin. Du bist ja in der Hilde. Hier geht's nämlich weiter. So, hier kommen die nächsten. Da rüber, oder was? Na, durch. Ja, durchs Tummerfeld. Aber da kommt gleich so'n Monster wieder. So'n Mega-Tank. Da hinten. Da hinten. Auf die Infernung? Ich schirr auf die Schise. Oh, schon nice. Okay. Boah, du hast immer ne Angewohnheit reinzulaufen ins Feuer. Oh, ich hab' direkt was fallen lassen. Vor! Sie springen über die Mauer! Hey, watch out! Reload! Man, you shot me! Man, you shot me! Hey, reload! Dude, I'll shoot you out! Oh, sorry, ja! Nicht immer mit dem Kopf in meine Schusslinie. Ich hab' die Säge halten nicht. Das ist ein bisschen schwer. Ich find' es zwar nett, dass du den Kopf anbietest, aber... So, weiter geht's. Ich hör' so'n Groteski hier. Ja, da hink' einer so'n Busch da drüben. Im wahrsten Sinne, oder? Ja. Komm' runter vom Sack, Mathilde. Reloading! 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 Ist das ein Smoker oder ein Jockey, oder? Was hier irgendwie rum... ...furtzt? Was ist'n das? Get explosive ammo packed. Hey! Triground here! Okay, I want to share ammo with the team. Wo ist er denn? Was ist der denn? Keine Ahnung. Ich hab' hier übrigens so'n Ammo Pack irgendwie. Brauch' jemand noch Munition? Ja, ich gerne. Ja, ich habe den Spieler mit flossen. Ok. Alright. Good.ểt's go. Yes. Explosive Rounds. Hier liegen noch... Er liegt noch in einer K... Ah gut... Ist schon okay... Wieso... TANK! 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 Was hinter dem Bus... Mein Gott! Hat meiner Pflaster für mich? Ich seh'n mit dem Scheiße aus! Warte mal, ich hab Pain Kill... Killers! Warte! Passt jetzt! Gracias! Bitte? Moschee ist auch gleich am Affenippeln, oder? Hier ist ein Lazarett-Zelt, hier gibt's doch bestimmt noch was zu fixen! Ah guck mal, ich hab noch mehr Pain Killers! Jungs, ich fahr zu unseren NPC hier, ja? Ja, ich fahr! Oh! Geil! Mad-Kids! Meine Dorn... Bäh! 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 Geil! FACK! Oh, hab ihn! War ein Doomer, na egal! So... Lazarett-Feld... Hier muss doch irgendwo... Nee, hier ist nichts... Alles mehr! Alrighty! Ich glaub wir sollten gehen, ne? Weiter gehen! Oh, meine Munition ist fast alle! Dammit! Und der ist im Safe-Room! Und denk da dran! Erst kurz hier volltanken! Ja! Ich heil mich bei ihm! Ja! Alles klar, dann warte, dann krieg ich mich auch nochmal schnell zusammen! Genau! Oh, Viecher! Ich hab sie gerettet! Ich mach's zu, ja? Oder wie weit seid ihr? Nein, 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 nein! Moment, Moment, Moment! Wer ist verarzt denn noch? Wir werden hier! Okay... Oh, her damit! Da kommt ne ganze Masse! FACK MAN! Okay, mach zu! Ja! Oh, Rocher hat die meisten Punkte? Und wir haben es auch so über sie lustig gemacht! Und deswegen sieht die immer so scheiße aus! Die Olle ist beinhart! Also, beziehungsweise, die steht halt einfach immer im Blick! Boah! Meine Haare sind jetzt gar nicht mehr! Ah ja, das war der Granaten-Headshot! Der war super! Ja, deswegen ist jetzt meine Frisur auch gar nicht mehr seit ungefähr einer halben Stunde!